Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Juli 2014 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Unterrad. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 40 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 490 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020